Willkommen zurück zu einer neuen Folge, diesmal wieder mit Gast. Ich hatte im Gespräch die liebe Elisa. Elisa ist freie Traurednerin und macht ihren Job, und das werdet ihr merken, wirklich mit Passion. In dem Gespräch haben wir über ihren Werdegang gesprochen, wie viel Arbeit eigentlich in einer Traurede steckt. Und da war selbst ich überrascht, muss ich sagen, wie viel eine freie Traurednerin kostet ungefähr, damit man mal einen groben Rahmen kennt, und wie die nächsten Jahre werden, wie sie sich ihren Job weiter vorstellen kann, was auch ihre Ziele sind. Vielleicht kann der ein oder andere da draußen das Ziel ja sogar mit ihr erfüllen. Und deswegen direkt rein, seid gespannt. Viel Spaß mit dem Interview mit Elisa. Also ihr Lieben, heute eine neue Folge mit Gast. Ich freue mich sehr, dass ich die erste Freie Traurednerin heute hier habe. die sich auch natürlich gleich vorstellen wird, damit ihr sie ein bisschen kennenlernt. Disclaimer, wir kennen uns jetzt seit zwei Monaten, also wir haben uns im September zum ersten Mal kennengelernt, bei einer Trauung und anschließender Party hier um die Ecke bei mir. Und da darfst du gerne dich ein bisschen vorstellen. Wer bist du, was machst du? Genau, ich bin Elisa. Ich bin 25 Jahre alt, komme gebürtig aus Osnabrück und wohne jetzt seit ungefähr einem Jahr hier in Hamburg. Und genau, habe in Osnabrück im Standesamt gearbeitet drei Jahre und habe da immer schon mal mit dem Gedanken gespielt, sich als freie Traurednerin weiterzubilden oder beziehungsweise die Fortbildung zu machen. Und ja, irgendwie kam dann eins zum anderen, habe das Seminar besucht und genau, kurz vor dem Umzug nach Hamburg bin ich dann, ja, freie zertifizierte Traurednerin geworden. Also bei diesem Seminar bekommt man diesen Titel quasi? Genau, also du machst, du kriegst so kleine Einblicke, wie das Leben als Traurednerin ist, was du für Aufgaben hast, was deine Tätigkeiten sind und genau, dann bist du am Ende des Tages, bist du dann zertifizierte freie Traurednerin. Und wann hast du deine erste freie Trauung gemacht? Die erste freie Trauung war dieses Jahr im Juni, die durfte ich auch noch zu Hause in der Heimat machen. Das war ein Paar, was ich, beziehungsweise das war mein letztes Paar, was ich standesamtlich begleitet habe und mein erstes Paar, was ich dann als freie Traurednerin, ja, trauen durfte. Das war sehr emotional. Das kann ich mir vorstellen, die erste ist wahrscheinlich nochmal bedeutender. Ja, auf jeden Fall. Als jetzt vielleicht die zweite oder die dritte, die erste wird man wahrscheinlich nie vergessen. Kommen wir ein bisschen zu einer der wichtigsten Fragen im Podcast. Rotwein oder Weißwein? Ganz klar Weißwein. Ja, warum? Halbtrocken, trocken, ich lieb's. Ja, ich glaube, ich habe früher als, ich wollte gerade sagen, als Kind, als 16-Jähriger, als man damit anfangen durfte, ich glaube, zu viel Rotwein getrunken. Ich erinnere mich noch an ganz wilde Zeiten. Deswegen Weißwein, ja. Weißwein, okay. Ganz klar. Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir das auch schon mal abgearbeitet. Dann Geld oder Liebe nicht bezogen auf, wie du es vielleicht mir mal geschrieben hast, sondern einfach bezogen auf deinen Beruf, nicht aufs Private. Ja, genau, dafür kann ich dir tatsächlich auch schon eine Frage vorwegnehmen. Ich mache das nebenberuflich und daher ist es tatsächlich dann die Leidenschaft und die Liebe, die mich an diesem Job fesselt. Und ja, ich liebe einfach alles, was dazugehört. Ich habe gar kein Problem damit, am Wochenende meine Zeit zu opfern und ja, im Auftrag der Liebe unterwegs zu sein. Ja, von daher ganz klar die Liebe und die Leidenschaft. Und was gehört dazu, wenn du sagst, deine Zeit opfern? Also viele denken ja, muss man fairerweise sagen, wie beim DJ, kommt zu der Feier, drückt auf Play, macht da seine fünf Stunden Playlist und ist dann wieder weg. Aber das ist ja nicht bei dir so. Bei mir natürlich auch nicht so, aber bei dir auch nicht. Du kannst doch mal sagen, okay, was gehört so zur Vorbereitung, Nachbereitung an dem Tag selbst? Genau, also man startet ja generell erstmal mit so einem Kennenlerngespräch. Also wenn das Paar eine Anfrage schickt, dann lernt man sich im ersten Schritt erstmal kennen, guckt, passt es eigentlich, stimmt die Chemie und genau, sollte das der Fall sein, hält man natürlich auch alles vertraglich fest. Und ja, man hält sich auf jeden Fall immer auf dem Laufenden und kurz vorher, man sagt immer so ungefähr sechs Monate vor der freien Trauung, bekommt das Paar von mir Fragebögen zugeschickt, verschiedenste Ausfertigungen und das ist dann quasi so die Base, wo die erstmal anfangen, ja, sich ein paar Gedanken zu dem ganzen Thema zu machen, wo sie dann alles mögliche aufschreiben. Ich will das jetzt gar nicht vorwegnehmen, was da für Fragen drinstehen. Nein, das wäre auch nicht so schlau. Aber genau, das ist so quasi erstmal die Grundlage, die ich auch dann habe und dann folgt ein Treffen. Man trifft sich so im Schnitt so um die vier Stunden, bespricht dann alles rund um die Geschichte, das, was in der Traurede geschrieben werden darf und auch zum Teil das ganze Organisatorische drumherum. Ich sage immer, ich fühle mich wie so eine kleine Weddingplannerin am Tag der Hochzeit. Ja, kenne ich irgendwo her. Man muss immer so viele Dinge im Kopf haben und bespricht das dann da einfach nochmal gemeinsam und genau, dann starte ich ungefähr mit dem Schreiben der Traurede. Das ist im Schnitt, das dauert auch immer so, ja, 30 Stunden kann man da schon für einen Plan, für das ganze Schreiben, für das ganze Kommunizieren auch mit Trauzeugen, Trauzeuginnen, all die Leute, die vielleicht noch so ein bisschen involviert sind. Genau. 30 Stunden, wenn man bedenkt, wie lange geht die Trauung? Halbe Stunde, Stunde, irgendwie so wahrscheinlich? Ja, so zwischen 30, 45, 60 Minuten. Das ist schon heftig, ne? Ganz viel Vorbereitung, ja. Ja, das ist schon Wahnsinn. Von daher ist es, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen, wenn man aufs Thema Budget kommt, dass es halt nicht nur die halbe, dreiviertel Stunde ist, wie auch immer, sondern ein bisschen mehr. Klar ist, jeder Auftrag individuell ist beim DJ sehr ähnlich, aber wo bewegt man sich da im Rahmen, weil man bezahlt ja nicht nur die halbe Stunde. Das stimmt, wie du schon sagst, es sind halt viele Faktoren abhängig. Natürlich muss man nicht in Deutschland heiraten, man kann auch im Ausland heiraten. Da kommen natürlich noch ganz andere Kosten dann zu. Ich sag mal, Fahrtkosten hat man auch hier. Also wie gesagt, es ist von vielen Faktoren abhängig. Ich kann jetzt mal so für Hamburg sprechen, wenn ich so ein bisschen, ja, mit den Kollegen mal mich austausche. Also zwischen 1.000 und 2.000 Euro kann man in dem Rahmen, spielt sich das ungefähr ab. Kann man damit mal grob planen. Ja, ungefähr, genau. Also von bis, also wie gesagt, die, die gerade anfangen oder die gerade starten, die sind natürlich noch günstiger. Die, die das schon einige Jahre lang machen oder auch hauptberuflich machen, die nehmen natürlich auch noch ein bisschen mehr. Es ist total individuell. Das kann man nicht pauschal festhalten. Das ist, glaube ich, bei jedem Hochzeitsjob so, dass das auch in jedem Bereich so ist. Worauf achtest du denn am Tag der Hochzeit? Wenn du ankommst, was ist das Erste, auf was du achtest? Tatsächlich gucke ich erstmal, ob einfach alles so steht, wie abgesprochen. Ob jetzt alles, was heißt alles steht, aber ob das alles so ist, wie sich das Brautpaar vorgestellt hat. Natürlich gerade das, was halt für die freie Trauung benötigt wird. Also die Technik, entweder bringe ich sie selber mit oder der DJ hat sie dann vor Ort und kümmert sich drum. Wie gesagt, die ganzen Absprachen, das ist natürlich super wichtig, auch mit der Location. Falls es regnet, ist die freie Trauung draußen aufgebaut. Regnet es, müssen wir umplanen. Gibt es einen Plan B. Also die vielen Dinge, die dann einfach für die freie Trauung entscheidend sind, die müssten wir dann quasi nochmal einmal absprechen. Es kann immer nochmal was sein. Es kann immer irgendwer wichtiges krank sein, nicht kommen. Also es ist auf jeden Fall erstmal wichtig zu gucken, ist alles so, wie sich das Brautpaar das wünscht. Und genau, dann spreche ich mit allen Dienstleistern. Man bespricht nochmal diverse Dinge. Macht ein Foto für den Seiten. Man macht ein Foto, definitiv. Ganz wichtig. Und ja, dann kann es eigentlich auch schon fast losgehen. Ich bereite mich vorher auch nochmal ein bisschen vor, komme ein bisschen runter, schaue mir das eine oder andere vielleicht nochmal an. Und dann ist mir immer ganz wichtig, dass ich mit dem Brautpaar vorher nochmal gesprochen habe. Dass man sich vorher nochmal einmal Hallo gesagt hat und nicht dann erst an der freien Trauung in dem Moment. Dass man das Gefühl gibt letztendlich. Genau. Das ist echt für alle nochmal ganz wichtig. Sehr gut. Und wie entwickelt sich dein Job weiter? Wenn du jetzt so siehst, vielleicht auch von der ersten Trauung jetzt die letzten Monate, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht hast du ja mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, vor fünf Jahren war es total anders, eine freie Trauung zu machen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt irgendwie Trend, das ist irgendwie Hype-mäßig? Ja, schwierig. Also es ist wirklich schwierig. Also die Hochzeitsbranche ist so wandelbar. Man kann natürlich, also würde ich jetzt mal schätzen, viel ist aktuell auch mit Videografen, also mit Video, nicht nur die normalen Bilder. Ich sage mal, ein Fotograf ist immer noch das A und O, aber viele würden ja auch gerne nochmal ein Video von der eigenen Hochzeit haben. Dass ich glaube, dass dann, wie gesagt, viel Digitalisierung mit reinspielt. Sei es vielleicht irgendwann mal digitale Einladungskarten, die digitale Website, die ja auch schon einige besitzen, wo man dann einfach nochmal viele Details nachlesen kann. Ja, ich schätze mal, dass es einfach vielleicht in den nächsten fünf Jahren noch extravaganter wird. Vielleicht noch mehr Auslandshochzeiten, noch pompöser und glamouröser. Oder auch vielleicht in die andere Richtung, dass viele sagen, nee, das brauchen wir gar nicht mehr. Ich fand es irgendwie viel schöner, im eigenen Garten mit meiner Familie zu heiraten. Die Location-Preise werden natürlich auch extrem teuer. Also ich denke mal, dass das irgendwie so in die Richtung gehen könnte. Das ist interessant mit den Auslandshochzeiten von allen Leuten, die ich hatte. Ich glaube, ich habe mindestens vier auf jeden Fall gesagt bisher von sechs. Ja, glaube ich tatsächlich sofort, ja. Video? Ah, sorry. Einfach nur, dass es attraktiver ist, jetzt vielleicht dann irgendwo zu heiraten, wo es schön ist, am Strand. Ja, ich glaube, das reizt ganz viele, ja. Video verstehe ich vollkommen. Guckst du dir wahrscheinlich eher nochmal an, als irgendwie 2000 Bilder. Ich habe keine Ahnung. Fotos sind natürlich super. Hängt man sich eher nochmal ins Wohnzimmer oder in die Wohnung oder verschenkt es irgendwie mal, aber ich glaube, so ein Video, das guckt man sich wirklich in 10, 15 Jahren nochmal an und ist total begeistert, wenn man sich das nochmal angucken kann und diese ganzen Erinnerungen nochmal wieder ins Gedächtnis rufen kann, ja. Ja, würde ich wahrscheinlich auch so machen. Ja, doch. Kann ich mir gut vorstellen. Und was ist dein persönliches Ziel für die nächsten, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Jahre bezogen auf den Beruf? Auslandshochzeiten, gerade beim Thema gewesen, reizt mich schon, würde ich total gerne mal gemacht haben. Ja, einfach viele glückliche Paare auf dem Weg begleiten, das finde ich einfach, das ist meine Leidenschaft, meine Liebe, die dahinter steckt und ja, also wie gesagt, vielleicht jetzt nicht hauptberuflich als freie Traurittnerin arbeiten, das ist jetzt nicht unbedingt der Plan, werden, aber auf jeden Fall da nochmal weiter in die Richtung gehen. Ja, eines Tages vielleicht nochmal selber heiraten. Stimmt, als Destination-Wedding vielleicht, ja. Maybe auch nochmal, aber nee. Ich denke mal, ich lasse es erstmal auf mich zukommen, wie schon gesagt, die Hochzeitsbranche ist ganz wandelbar. Mal gucken, was so in den nächsten Jahren ist. Es kann ja auch sein, dass es einem dann gar nicht mehr gefällt, so wie sich das entwickelt hat. Man weiß es nicht. Das stimmt. Und wenn du so nochmal zurückkommst auf den Tag der Hochzeit, was ist etwas, was viele falsch machen? Wo du so sagst, okay, das ist ein Fehler, den viele machen. Also bei mir ist zum Beispiel, dass das Brautpaar nicht genug vielleicht auf der Tanzfläche ist. Dass die jetzt so ein bisschen vergessen, dass es ja eigentlich die Leute mit den beiden tanzen möchten. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das hast du ganz häufig irgendwie bei jeder zweiten freien Trauung, dass das irgendwie schief läuft, dass die Leute nicht aufstehen, wenn die Braut reinkommt oder sowas? Ja, das tatsächlich. Also da, das habe ich mir auf jeden Fall jetzt für die Notiz oder als Notiz fürs nächste Jahr mitgenommen, dass ja zu bestimmten Zeiten nicht aufgestanden wird. Also ich glaube, da müsste ich nochmal als freie Traurednerin erinnern, dass dann aufgestanden wird. Und ja, ansonsten, was wir gut in den Griff gekriegt haben, ist das Thema Handy. Viele zücken natürlich super, super gerne, was ich auch verstehen kann, ihr Handy, während die Braut reinkommt, während des Ring wechselt. Aber das ist natürlich jetzt echt so ein Thema, das ist nicht so gerne gesehen. Einfach aus dem Aspekt, du hast eine Fotografin oder einen Fotografen, Videografin, einen Videograf, wen auch immer, vor Ort, die dann zauberhafte Fotos von einem Tag schießen. Und also so Handys auf den Bildern natürlich echt nicht so schön. Ja, also wie gesagt, ich kann es total verstehen, wenn dann nochmal der Onkel oder der Papa oder wer auch immer ein Foto machen möchte. Aber das ist natürlich echt so eine Sache. Das kann ich verstehen. Das müsste man vielleicht auch nochmal. Ja, das kann ich verstehen, wenn ich auch mit Künstlern rede, die vielleicht auch auf Bühnen stehen, dann ist es häufig so, dass die sagen, ich sehe nur noch irgendwelche Taschenlampen. Das ist nicht so das, wofür er die Person vielleicht mal Künstler geworden ist, weil die möchte schon die ganzen Leute, dass sie den Moment genießen. Fotos gibt es eh genug davon oder Videos oder was auch immer. Ja, absolut. Von daher wäre das wahrscheinlich... Wie gesagt, das ist natürlich eine Erinnerung, aber dadurch, dass eine Fotografin vor Ort ist, die dann auch Fotos macht, die vielleicht auch die schöneren Fotos macht und die auch wahrscheinlich nicht so günstig war, die zu engagieren. Vermutlich, ja. Ja, ist natürlich, das Handy ist einfach absolut präsent und vielleicht kriegt man das nochmal irgendwie in die Köpfe eingepflanzt oder man muss es einfach immer nochmal erwähnen und darauf hinweisen. Wahrscheinlich so ein Handy klingeln ist auch nicht so cool bei der Freitagung. Das hatte ich auch dieses Jahr, das durfte ich auch erleben. Es hat nicht nur einmal geklingelt, es hat zweimal geklingelt. Passiert. Ist vielleicht jetzt echt nicht so gut, aber es passiert. Ja, das stimmt. Nochmal Zukunftsausblick. Wenn du auf die nächsten fünf Jahre kommst, vielleicht gibt es etwas, manche haben dazu auch gar keine Antwort, weil sie überhaupt nicht wissen, was sie mit dieser Frage anfangen sollen, wie es dir vielleicht ja auch geht. Ja. Aber woran glaubst du, wofür die Leute dich belächeln, was in den nächsten fünf Jahren passieren wird? Vielleicht beruflich, vielleicht auch grundsätzlich. Also die Frage fand ich ganz schwierig. Ja. Soll sie auch sein tatsächlich. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwann nicht mehr persönlich vor Ort bin. Das glaube ich schon noch, dass ich da vorne stehe, das möchte ich auch. Also ich möchte mich da jetzt nicht, wie du als Beispiel sagtest, hinprojizieren. Das möchte ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass man selber vielleicht irgendwann nicht nur alleine diesen Job ausübt, sondern vielleicht kleine Helfer hat, die dann zum Vortragen nur zur Hochzeit fahren. Also dass ich quasi dann die Traurede schreibe, das Brautpaar kennenlerne und jemand anders dann quasi präsentiert. Dass ich dann auch mehrere Hochzeiten mit meiner Traurede beliefern darf, aber nicht jedes Mal persönlich dann da vor Ort bin, sondern vielleicht auch helfende Elfen habe, die dann diesen Job einmal übernehmen und sich da vorne hinstellen, dass man so quasi als Team agiert. Also ich glaube auch, dass es das schon gibt, dass es so einen Zusammenschluss von Traurednerinnen gibt, die das als Team oder als Duo machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich das in die Richtung auch nochmal erweitert. Ja, interessant. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber dafür ist die Frage so ein bisschen, einfach so ein bisschen einen Weitblick zu bekommen für die ganze Angelegenheit, wenn man vielleicht nicht jetzt dieses Jahr heiratet oder im nächsten Jahr, sondern vielleicht eher in fünf Jahren mal irgendwann die Planung ist, dass man dann vielleicht mal etwas gehört hat, was einem hilft. Ja. Ein weiterer Punkt fällt mir gerade noch ein, das könnte ich auch noch ergänzen. Freie Traurredner sind ja nicht nur auf freien Trauungen. Freie Traurredner begleiten ja auch freie Beerdigungen, freie Taufen. Beerdigungen, das nennt man dann Bekommensfeste, dass man da vielleicht in die Richtung auch nochmal viel weiter aufgestellt ist und sich da auch nochmal vielleicht, ja, weiter ausbaut. Auch möglich. Das wusste ich nicht mal, das gibt es in der Weise. Ich kenne nur freie Traurredner. Ja, also wie gesagt, die meisten machen auch nur freie Trauungen, aber ja, auch die, die dann versterben und nicht mehr in der Kirche sind, müssen ja auch irgendwie unter die Erde gebracht werden und das wäre dann auch tatsächlich so ein Job als freie Traurrednerin. Freie Taufen, die dann auch nicht in der Kirche getauft werden, die dürften wir dann quasi auch taufen oder beziehungsweise es ist so ein Willkommensfest, es ist ein bisschen abgewandelt, aber von der Art eigentlich das Gleiche. Wieder was gelernt? Gibt alles. Jetzt bist du ja nicht so häufig bei der Feier dabei, wenn du beruflich unterwegs bist, privat natürlich schon. Aber es gibt ja eine kleine Playlist. Welche Lieder dürften auf deine Hochzeit nicht fehlen? Ganz schwierig, ganz schwierig. Also die, die mich kennen, die wissen, ich bin kein großer Schlagerfan. Ich bin wirklich kein großer Schlagerfan, hab mich aber überreden lassen, nächstes Jahr auf ein Helene Fischer Konzert zu gehen. Ich freu mich, also ich freu mich wirklich. Wahrscheinlich die Show ist sehr gut. Die Show ist wirklich cool, ja, aber sonst bin ich wirklich kein Schlagerfan. Sonst hätte ich dir bestimmt irgendwelche Schlagerlieder nennen können. Ja, also ich finde, Backstreet Boys dürfen immer dabei sein. Die finde ich super. Ja, ich finde es echt nicht schwierig. Es gibt viele coole Lieder. Mecklemore finde ich auch nicht schlecht. Klassiker, Camp Holders wahrscheinlich. Ja, richtig, richtig, genau. Und eins meiner absoluten Top-Songs heißt G-Musical. Break'n' Free. Ja, absolut, absolut. Das ist total meins. Kann ich mir gut vorstellen, dann passt der auch gut dazu. Aber dürfte ich die Frage mal zurückstellen, so als DJ, wenn du dich für drei Lieder entscheiden müsstest? Boah, wenn ich mich für drei Lieder entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich auf jeden Fall Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Ah ja, auch gut. Das ist schon sehr... Ja, die hat auch ein paar coole Lieder. Ja, das stimmt, das passt auf jeden Fall immer. Ja. Ganz gut. Ich würde wahrscheinlich irgendwie ein, zwei noch Unbekannte nehmen. Es gibt so einen Wine It Up Remix, den kennt wahrscheinlich niemand. Sagt mir gar nichts. Ist aber auch einfach nur dazu da, um halt nicht eine 0815-Playlist zu haben, sondern damit man einfach ein bisschen mehr Spaß bei der Sache hat. Und es gibt von ABBA, Gimmi, 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 Gampa und der Doni Remix, wenn man Songs spielt, die in einer anderen Version auftauchen, dann sind die Leute gezwungen zu tanzen. Sehr cool. Und im Moment ist 80er irgendwie so ein Thema. Wahrscheinlich in zwei Jahren, wenn man mich da fragen würde, eher nicht mehr. Aber Gimmi, die Version, die nett geremixed sind, die verbinden einfach mehrere Generationen auf der Tanzfläche. Sehr cool. Und so müssen die Leute tanzen, weil sie es nicht morgen bei NDR 2 hören oder was. Ja, genau. Ja, das ist schon cool. Das ist schon cool. Also ich liebe es auch zu tanzen. Also das ist... Macht echt Spaß. Das heißt, das sind deine drei Songs, die du in meine... Ich glaube schon, ja. Die würde ich gut finden. Everybody von Backstreet Boys oder irgendwas anderes? Nee, das finde ich... Ja, also da bin ich total frei. Das ist total egal. Hauptsache Backstreet Boys. Hat was. Total. Glaube ich dir. Hat was. Glaube ich dir vollkommen. Ja. Willkommen zum Ende des Gesprächs. Gibt es irgendwas, wofür du ein Promo machen möchtest, außer die Social Media Kanäle, die natürlich verlinkt sind, oder die Website oder nach dem Motto gerne anfragen, aber gibt es irgendwas, wo du nochmal ein Mitteilungsbedürfnis hast. Ja, also auf jeden Fall, falls ihr heiraten möchtet, falls ihr irgendwann mal an dem Punkt seid, wo ihr eine freie Traurrednerin sucht, meldet euch am besten frühzeitig. Gerade beliebte Termine sind einfach schnell vergriffen. Also ganz egal, ob ihr 2024, 2025 heiraten möchtet, meldet euch einfach, sobald der Ring am Finger ist. Sehr gut. Frühzeitig ist umso besser. Und genau, falls ihr planen solltet, irgendwo im Ausland zu heiraten, Destination, Wedding, auch da bin ich total offen und hätte richtig Lust, euch zu begleiten. Und ja, bin auf jeden Fall für neue Abenteuer zu haben. Sehr gut. Ich glaube, da hast du ein Statement abgegeben, damit die Leute auf jeden Fall diesen Wunsch dir erfüllen werden. Vielen Dank, dass du da warst. Den Weg auf dich genommen hast hier und dass du ein bisschen mal etwas von deiner Arbeit präsentiert hast. Wie gesagt, die erste Traurrednerin hier im Podcast. In der nächsten Folge geht es auf jeden Fall wieder um irgendwas, was mit DJ zu tun hat, damit ihr da weiter Einblicke bekommt. Aber vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Dankeschön.